Lass mich da rein, ey! Bist du vielleicht traiter und hast nen Bösewichtsjob für mich? Oh nein, 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 da ist ne Granate, da ist ne Granate, da aufpassen, aufpassen Was macht ihr, Indos? Ich würd sagen, wir setzen uns einfach an den Tisch und unterhalten uns mal, Dado Aua, Aua, Manu hat mich verbrannt Ja, da ist eine Granate, weißt du, ich weiß ja nicht, wo ich langlaufen darf Ich hab ja noch nicht mal dich gesehen Ich wusste ja nicht mal, dass, also es war ja grad keiner da und dann bist du anscheinend reingelaufen Da kann beim Fahstuhl liegt ne Granate dann Dado, das funktioniert nicht, wir können uns auf die Tische setzen Echte Bad Boys Nein, das macht man nicht, das macht man nicht als Indos Ne, das macht man nicht Warte, wir dürfen nur spazieren gehen, Dado Ja, wir dürfen nur tun sowas Okay Warte, soll ich mal was zu trinken holen in diesem Automaten, Dado Hallo, hol mir bitte was zu trinken Warte mal Ich hol mal was Ananas Die Automaten sind kaputt Ich hol mal was Ananas Ich geh kurz auf die Toilette Ich hol mal was Ananas Ich komm mit, ich muss auch mal Okay Aua, ich benutze einfach das Büro als Toilette Ach so, ich muss den den Es ist ein ganz normaler Stab Oh, Mordado, Mordado, helfe! Feuer! Wo ist die Feuer? Die Mikrowelle Sie brennt! Wir müssen sie löschen Ach, die Mikrowelle Ich hab eine Gehirnerschotterung Ich hab eine Gehirnerschotterung Ich hab eine Gehirnerschotterung Alter Mordado Mordado? Ja? Ah ne, Zombie ist ein Kunstdieb! Was? Das ist ein Kunstbanause Das heißt, er ist kein Detective All die Jahre war er nur ein Kunstdieb Der Detective ist ein Dieb! 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 Was ist denn hier gerade? Alter, was war das? Oh nein, die Toiletten sind abgeschlossen Warum sind die Toiletten abgeschlossen? Wo soll man jetzt hin? Oh nein! Das ist die Firma! Die kein Geld Die kein Geld für die Toiletten ausgeben will Ja, echt, ey Was ist eigentlich mit Holly passiert? Wir müssen die Geld noch Das ist ja eine Statue 1 zu 1 Guck's dir an 1 Warte, warte Warte Nicht erschrecken So, komm Stell dich hin Du bist die andere Guck mal, warte, warte, warte Wir machen so ein Tor Ja! Wow, sehr beeindruckend Sehr beeindruckend Sehr beeindruckend Das ist cool Ist hier nicht gerade einer lang gelaufen? Ja, ja Ich glaube beinahe ist lang gelaufen Oh Gott, eine Lampe Sie verdrängt Au! Oh! Ich werde vom Fahrstuhl getötet Ich werde vom Fahrstuhl getötet Ich werde vom Fahrstuhl getötet Ich lebe noch Ich lebe noch Wie kannst du dich so oft vom Fahrstuhl töten oder verletzen lassen? Der Fahrstuhl vergewaltigt ihn immer Jedes Mal irgendwann in dieser Runde kommt der Moment, wo Holly Fahrstuhl Panik schiebt Hat auch mit seiner Vergangenheit zu tun Ja Lol Eigentlich nicht Lol Roll Ihr macht mir ganz schön Angst Was macht ihr jetzt eigentlich die ganze Zeit da? Weiß nicht Ich bin es nicht, ich bin es nicht. Du bleibst die Treppe hoch, das ist schon gefährlich genug, ich hab Punkte bekommen, Lügner, ich lösche dich nochmal von Steam, für Doppel-Lügen. Nochmal. Lügner! Ey, ich hab gar nicht gelogen, warte! Mann, das hat mich so gut verbarrikadiert und es hat nichts gebracht. Guck mal, wie ich O-Saft immer da aufgegangen habe. Das war übrigens meine Bombe. Wir simulieren das jetzt, du bist ein böser Mann, der hier rein will. Mal gucken, wie es funktioniert hätte. Okay. Oh nein, öffne ich die Tür. Das war aber nicht ganz symmetrisch, ey. Böser Mann, böser Mann. Gewonnen. Böser Mann, böser Mann. Fühl mich verfolgt. Oh nein, der nickt! Alter, Dario, ich hab Angst vor Dario, der nickt. Okay. Ja, ich darf nur die Führung mitmachen. Wer will noch mit? Ich! Ich! Manu möchte dich nicht mehr dabei haben. Der ist in Kandale. Ey, ich bin richtig nett. Kommt zum Händel auch mit. Müsst du zum Händel auch mit. Maudado! Hallo! Waffe weg! Waffen weg! Waffen weg! Nein, ich möchte euch nicht alle hier haben! Ich will ja nichts sagen, aber die Shortcutter hat eine Identität von jemandem genommen. Aber egal, ignorieren wir das. Egal, ja, ja. Das hab ich nicht! Was? Er hat mit dem Messer, glaub ich, deine Identität genommen. Aber ignorieren wir das einfach. Ja, ich bin Inno. Ich bin Inno, hallo. Wenn gleich irgendwer... Oh, da bin ich! Einfach, weil die ähm... Warte mal, ich suchte mal. Leute, die ich immer führe, irgendwie immer ausrasten. Und deswegen... Hallo! Hallo Zombies! Komm, wir gehen schnell auf die Führung. Ich glaub, da hinten passiert gleich was Schlimmes. Ja, dann direkt. Komm, Zombies! 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 Hä, bist du jetzt echt... Ja, ich bin der Normale. Ja, aber bist du jetzt straight oder nicht? Er hat alle getötet hier. Hä? Er hat sich irgendwie das Geist als Zombies. Hier sind alle als Zombies. Ich seh nur Zombies. Ja, aber warum lässt er das mit sich machen? Warum? Echt mal. Warum? Alter, der greift mich an. Der greift meinen Tanker an. Oder... Motor. Wenn ich Zombies sehe, töte ich ihn. Hä? Seid ihr Spizing? Ich töte ihn gerade. Oh. Der muss doch Trader sein. Ja, auf jeden Fall. Alter, er war einfach Inno. Okay, dann tötet den anderen Zombie. Jetzt haben wir nur noch einen. Ja. Oh Mann, ey. Super. Ja, das ist wieder als du dieses Ding da gemacht. Aldado? Oh, der eine Zombie ist bei denen. Hä? Aber wenn der Zombie ist nicht wahr und du ist ihn getötet, dann müsst ihr beide sein. Der letzte Zombie und du. Hä? Oh, hier ist noch eine Leiche. Ja. Hä? Hä? Was ist hier passiert? Das ist ja schlimmer als die Morphine. Ich töne einfach alle. Ich töne einfach alle. Auch wenn es ein Detektiv ist. Nicht mich. Nicht mich. Ich hab die da aufgehalten quasi. Ach, und dann sagst du nichts. Ich bin safe. Mann, ich bin safe. Mann, hör auf. Mann, hör auf. Ich bin safe. lusive. delay! Ahhhh! Toilardo, die Kling steht unter keinem guten Stern. Nein. Aber wie genau das 이러ichtig ist, wenn ihr zum Identität genommen, Manu. Achso. Ich muss irgendwie immer ausrasten, deswegen... Hallo. Hallo Zombies. Komm, wir gehen schnell auf die Führung. Ich glaub, da hinten passiert gleich was Schlimmes. Ja, dann gehen wir weg. Komm, Zombies. Ich will mitmachen. Okay, D-Day, du kriegst doch eine Chance. Eine letzte Chance. Oh ja. Ich bin schon holstert. Siehst du? Ich bin safe. Wir nehmen diesmal einen anderen Mineneingang. Einfach zur Abkürzung. Oh. Oh. Nein, nein, ich möchte, ich möchte die... Nein, komm zur Scheune. Komm zur Scheune. Maldado, bitte zur Scheune. Danke. Darf Manu mitmachen? Ich trau Manu nicht mehr. Nein, Manu darf nicht mitmachen. Ich mach mit. Der ist Trigger-happy. Genau, du bist echt nicht mehr Trigger-happy. Oh, ich bin Detective. Na, deine Macht ist geschwunden. Ihr seid... Ihr seid ab jetzt in einem Horrorspiel. In der Mine treibt sich ein wildes Monster mit Brechstange herum. Oh nein. Das ist die Horrorführung von Halloween. Wir müssen noch auf Maldado warten. Mit einer Smokgranat im Hintergrund. Maldado, kommst du zur Scheune? Ja, komm aber die Horror-Führung. Mit einer Legende, dass in dieser Höhle ein magisches Ungehäuse ein Unwesen treiben soll. Ja, darauf kommen wir später zu sprechen. Oh Mann, ich bin schon so aufgeregt. Okay, Detective, du bist diesmal für unsere Sicherheit verantwortlich, okay? Ich bin auch Brechstange. Du darfst ne Waffe tragen, wegen der Führung. Was ist das für ne Waffe? So. Maldado? Ja? Was willst du tun? Ich bin mal nicht dafür, was für ne Waffe das ist, weil die anders aussieht als andere Waffen. Detective, öfftest du bitte die Türe hier. Oh. Oh, das ist der offizielle Eingang der Führung, okay. Hat keiner davon Schaden? Krass. Alter, ich sehe nichts. Oh, was bedeutet dieses Schild? Hier, das ist das Gefängnis. Oh Gott. Vorsicht, da ist ein Monster, ein Schlimmes, Böses. Genau, das war da. Das ist aber ausgebrochen und treibt sich seitdem hier rum. Wo sind unsere Atemgeräte? Da! Oh Gott! Da ist ja noch eins! Noch eins! Ja. Ja, sagt der Traitor. Kommt weiter. Okay, ihr dürft Waffen tragen, Leute. Ihr dürft Waffen tragen. Aber es geht vorgehen. Stil vorgehen. Modado. Okay, ich lauf stilvoll. Nicht zu hastig, nicht zu hastig. Modado! Schieß einmal in O-Saft. Warte, wir müssen erstmal zum Ausgang. Einmal rein! Einmal rein! In O-Saft! Einmal! Okay, wir schneiden ihm den Weg ab. Ich geh hier lang. Schneid ihm den Weg ab. Nein, bitte beisammen bleiben. Nur stilvoll den Weg ab. Nicht wie in einem Horrorfilm trennen. Hallo! Hier ist das Monster wieder unter uns. Alter, die Führung! Dann töte ihn! Er ist doch im Trehtor! Trennt euch doch nicht! Nein, Miele! Geht einfach weiter! Ja, wir sind da bei der Gruppe. Peter, geh vor. Geh vor. Geh vor. Geh vor. Geh links. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Also da ist der Atommüll der 3,5 Jahre alte Atom. Ich hab's gesehen! Wo? Hinter mir! Alter! Oh! Es ist wieder... Es töte den Detekt! Oh! Da liegt der Detektiv-Funk. Das ist echt wie ein Horrorfilm. Und die Hula-Puppe neben der Waffe. Und dann ist er rausgetrappt! Ich nehm die Hula-Puppe mit! Ich nehm die Hula-Puppe mit! Ja! Ja! Gott, ich hab' Angst! Geht ineinander gerade! Das ist nicht so um Angst! So, die wird einfach hier rein. Quetscht da ist noch ein bisschen Platz. Aber das Monster ist noch irgendwo hier, ne? Äh, ja, ja, ja. Aber wir sind bei diesem Symbol stehen geblieben. Was bedeutet das? Also, dieses Symbol markiert das X. Echt? Hier ist ein Schatz vergraben. Aha! Aber den hat niemand raus... Hat niemand geschafft zu heben. Warte was! Also, das Gestein ist einfach hier viel zu... Viel zu locker. Okay, ich werde es versuchen, okay? Warte! Oh, da ist ne Waffe rausgekommen! Alter! Ein Schatz! Der Schatz ist Staatseigentum. Du bist der Staat? Mein Schatz. Das ist mein Minenstaat, ja? Der hinten geht mit Monster. Wenn du dich da irgendwie beschweren möchtest, dann melde dich bitte bei der Information. Danke. Okay, okay, okay. So. Das hier ist ein Fass. Geschmiedet. Aus... Minen. Aus Stein. Auch... Sehr selten. 6000 vor Christus ungefähr, also... Hier sind noch drei andere. Jaja, das waren damals... Richtige Experten im Steinfass schmieden. Da ist das Monster! Schau mich nicht. Wer geht vor? Ich gehe natürlich vor. Ich bin der Führer. Was ist da die Frage, bitte? Frage. So. Also. Hier sehen sie... Ich bin nicht zurück. Ich bin nicht zurück. Ich bin nicht zurück. Ich bin nicht zurück. Ein Lampenkabelhalter. Oh. Er ist aber hochmodern, also. Das ist das neueste der Technik. Hm. Meine... Wir haben keine Kosten und Mühen geschollt. Wir wurden wirklich die teuersten und modernsten Lampenkabelhalter überhaupt gewonnen. Woa! Holl! Let's damit enden uns so zu hoch. Nee was? Ihr beide waren Traitor? Ja! Ich war die ganze Zeit mit den Traitern unterwegs? Ja! Hat' doch was Nutz gebogen. Bombä war ein richtig gutes Monster. Muss man sagen. Ja. Bei uns ist das Bild der Mine. Wir müssen's zum Atomlager bringen. Genau. Jeder nimmt wieder eine Leiche mit. Nicht bummeln! Nicht bummeln, ja. Ich bin Vertrauensschüler. Harry Potter. Ja, 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 ja! Okay. Nicht geschafft. Das giltet noch. Das giltet. Das war aber die schönste Führung, die ich jemals hatte, muss ich sagen. Und vom besten Führer natürlich auch. Auch die letzte, die ich jemals hatte. Wirklich wusste, worum es ging. Richtig. Galil oder MP5? That's the question. Machen wir eine Umfrage. Ich mach mal eben als Dropout auf. Toll jetzt in der Beschreibung, meine lieben Freunde. Wofür eine Umfrage? Galil oder MP5? Für uns Galil, für dich eine MP5. Du bist jetzt nicht würdig. Der Galil benutzen zu dürfen. Ach, Manno.